Bum, bapu, 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 bapum, bapum, bapu, bapum. Ja hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Part Nummer 47. Ja, im letzten Part haben wir den Iglo hier aufgeräumt und haben festgestellt, dass wir mit Chunky ein paar, ja, ein paar Steine verteilen mussten. Was auch ganz praktisch war, was auch endlich aufgeklärt wurde, warum diese ganzen Iglos hier zu waren. Und da werden wir erstmal mit Tiny auf diesen anderen Teleporter gehen, um zu gucken, wo wir da hinkommen. Weil eigentlich haben wir ja mit Tiny alle Bananen, es fehlt wohl noch irgendwas anderes, werden wir ja gleich sehen. Vielleicht führt es auch direkt zu dem Typen, könnte ja sein, der die ganze, diese Erdbeben verursacht. So, oder wir haben hier nur Münzen, okay. Na, ich nicht hauen, ich hauen. Ah, ah doch, okay. Kann man nicht einfach besiegen, bleibst du auch immer weg dann. Bist du der Typ, der die ganzen Erdbeben gemacht hat? Ich weiß es nicht. So, wenn wir ja genug Münzen haben, das nehme ich gerne mit. Dann haben wir zumindest auch hier auch von Tiny alle Bananen, sehr schön. Sehr gut. Jetzt hätte ich die Frage, ob der jetzt tot bleibt oder ob das jetzt nur temporär wird. Also hast du halt wieder spawnt. Das hätte ich mal ganz am Anfang machen sollen. Ja, dann denke ich mal, es bleibt wohl nichts anderes übrig, wenn ich mal so auf die Verteilung schaue. Ich muss mit Donkey kommen noch die eine Blaupause holen, stimmt. Und ansonsten fehlt dann von, äh, ja, von die, die noch irgendwo einen Ballon oder auch eine, generell noch eine Banane. Und dann wären wir ja fertig. Also dann sind nur noch die zwei da, okay. Alles klar. Dann werde ich heute echt nicht drumherum kommen. Und, ja, leider, sehe ich auch, wo wir hier sind. Ja, warte mal, was sind wir hier überhaupt? Eie, wir sind einfach mal hier nach oben gespawnt. Das da unten ist der Tod. Und deswegen wird es jetzt wohl keine Erdbeben mehr geben, denke ich mal. Hoffe ich doch. Kann natürlich sein, wenn ich das Game neu starte, dass ich den vielleicht wieder besiegen muss. Aber wenn jetzt dafür endlich die Erdbeben aufhören, wäre das doch wunderprächtig. Wenn bedenkt, das ist so ein indirekter, äh, Miniboss, ohne dass wir was dafür bekommen, außer dass halt hier jetzt alles ruhig ist. So, dann werde ich, ja. Ich werde nicht drumherum kommen. Ich werde jetzt mit Lenky dann, ja, dieses Rennen starten. Einfach nur, damit ich es da noch habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einer von diesen, ja, Bananen waren, die ich damals nie geschafft habe, weil das Rennen... Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich mich damals schlecht angestellt habe, aber... Ich habe das schwer in Erinnerung. Ich habe das echt schwer in Erinnerung. Ähm, ich muss... Ja, einfach gemühen. Ah, stopp, 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 stopp. Ähm, ich wollte mir ja noch erstmal hier... Ja, ich weiß, ich lasse mich wieder ablenken. Oder ehrlich gesagt, äh, ich tue es nur ein bisschen hinaus zögern. Ich wollte mir mit Donkey Kong die... Die Blaupause holen. Damit wir zumindest mal das alles haben. Weil das weiß ich zu wenig, zumindest dadurch das... Äh, Kamera? Achso, die hat sich jetzt komplett falsch gedreht. Bei dem weiß ich, dass ich das, äh, kriegen kann. Die Blaupause. Na komm, gehst du hoch. Und ja, bei dem Rennen muss ich halt gucken. Macht vielleicht sogar Sinn, wenn ich jetzt speziell, äh, mich... Einen ganzen Part dann nur darum kümmere. Weil ich gehe davon aus, dass es... Ja, dass es lange dauern wird. Und hier haben wir ja auch noch einen Tauschfass, dann passt ja. So, sehr schön. Na, Kollege, du da hinten? So, gib mir mal deine Blaupause, damit wir uns endlich hinaus haben. Und die muss ich halt dann auch mal gucken, dass ich die dann abgebe. Ich bin überlegen, ob ich das halt noch machen soll, bevor ich die, äh, letzte Welt, äh, schaffe. Weil ich weiß halt nicht mehr, wann das, äh, triggert mit dem, dass man halt die Blaupausen dann abgegeben haben muss. Um dann diese Spezialmission, warum man die, äh, ja, warum man die Blaupause überhaupt braucht, getriggert wird. Das weiß ich leider nicht mehr. Da komm nicht zu weit. Ich glaube, ich sollte mich einfach auf das Rennen konzentrieren und dann, ja, dann passt das Ganze schon. Ähm, ich musste... Warte mal, wie waren das jetzt? Achso, ja, doch. Das ist der eine Schalter und da muss ich natürlich da oben auf Zeit rein, okay. Und dann haben wir auch die letzten Bananen dann von eben. So, alles klar. Die Münzen von Didi lasse ich da einfach sein. Ja, geht's auch mal hoch. Heute noch. Irgendwie läuft das gerade super langsam. Fragt mich nicht. Eiei, man könnte gerade meinen, dass die, äh, Zeit an sich auch noch irgendwie, äh, die, ja, keine Ahnung, irgendwas verlangsamt. Oh, ja. Ja. Du bist es, Lenky. Okay, wenn du bei der Rutschpartie schneller bist und 50 Münzen sammelst, überlasse ich dir eine goldene Banane. Benutze den Stick, um zu steuern. Steuere nach vorn, um zu beschleunigen. Und nach hinten, um abzubremsen. Drücke A, um zu springen. Okay. Oh, Gott. Ich will, ich will nicht. Oh, ihr könntet ihr nicht denken, wie mies das ist. Und hier braucht man halt auch dies. Toll. Das war natürlich. Neu Versuch. Jetzt komme ich nicht in das Fass rein. Ah, immerhin können wir jetzt so direkt neu starten. Ich muss ja sowieso jetzt erstmal die Strecke angucken, weil ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Ganze aufgebaut war. Ich weiß gar nicht, ob es damals daran gelingert, dass mir die Münzen gefehlt haben oder dass ich einfach nicht erster wurde. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich mich, ja, dass ich mich halt an die Bewegung gewöhne. Man sieht ja übrigens, obwohl ich so schnell bin, hat der Typ eine gute Beschleunigung. Ich schrug auch die ganze Zeit massiv. Soll ich da runter? Okay, ich soll da runter. Und dann gibt es hier eine Rutschpartie. Alles klar. Oh ja, Leute, das kann was werden. Also ich glaube, dass ich jetzt schon nicht das schaffen kann, weil ich nicht gleich hier runtergegangen bin. Aber, ja, wie gesagt, die Musik geht ja auch voll gut ab. Das war einer meiner Bananen, die ich damals ewig gebraucht habe. Ui, ui. Okay, man merkt schon, man muss hier sich das Ganze erstmal angucken. Man muss hier nicht springen. Ich hab nur nach vorne gedrückt. Gut, dass man die Münzen voll kann. Ich finde es auch gut, dass er sich, dass er direkt in den, ja, in den, ja, in den Handstein gegangen ist, ohne dass ich was machen musste. Ui. Okay, da hätte man links und rechts Bananen, äh, Münzen sammeln können. Aber irgendwie, ja, muss ich erstmal gucken, dass ich auch Erster werde. Eiei. Das wäre natürlich jetzt doppelt krass, wenn ich das First Drive schaffen würde, aber ich glaube eher nicht dran. Ich glaube, dafür habe ich zu viele Münzen übersehen. Ui, 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 ui. Okay, jetzt wird es kritisch. Jetzt muss ich vermutlich ein bisschen abbremsen. Eiei. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es reicht. Da ist, glaube ich, schon das Ziel, oder? Ah, Münzen, Münzen, Münzen. Oh, verdammt. Natürlich klaut er mir nicht die Münzen. Na, ui, ui. Na, wegen drei Münzen. Also, ich bin zumindest Erster geworden. Aber leider fehlen mir drei Münzen. Ah, aber gut. Ich habe nicht erwartet, dass ich das First Drive schaffe. Das wäre auf jeden Fall toll gewesen. Deine Mühe war leider umsonst. Dir fehlen noch 50 Münzen. Ja, ja. Aber gut, wir haben die Strecke gesehen. Ich habe ja auch viel verpasst. Und ich habe ja auch wegen dieser einen Stelle, äh, ja. Nicht gleich gecheckt, dass ich da runterfallen muss. So. Dann, ja, es ist machbar auf jeden Fall. Aber man sieht halt schon, auf was man da alles achten muss. Vielleicht war ich auch damals ungeduldiger als heute. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich das spielen würde, ohne dass ich, ähm, ja, Let's Bane würde, würde ich es vermutlich schneller schaffen. Aber ich gucke jetzt einfach mal, dass ich so viele Münzen wie möglich einsammle. Man hat auch gesehen, wie er gerade da reingesprungen ist. Okay. Dass, ähm, ja, ich mich dann später nur noch aufs Erste werden konzentrieren muss. War auch natürlich doppelt ärgerlich, weil er mich dann an der einen Stelle gestriffen hat. Weil das waren dann genau diese drei Münzen, die mir dann am Ende gefehlt haben. Aber gut. Ich hab ja auch viel verpasst zwischendurch. Es sind auf jeden Fall mehr als genug Münzen da. So ist es nicht. Na, hab ich auch wieder unnötig eine verpasst. Ui. Ja, das ist natürlich jetzt doppelt blöd, wenn man halt, ja, ne, bei ihm rumrutscht. Eiei. Ja gut, aber das kann ich kompensieren. Das kann ich kompensieren. Ihr könnt mir sicherlich denken, ich bin, äh, dass ich froh bin, wenn ich das geschafft habe hier. Na, ich glaub, oh, okay, das, das, ich glaub, da lass ich die Münzen einfach sein. Da geh ich alles einfach geradeaus, weil, das zu riskieren da, das, ne, ne. Ja, ja, ich weiß, ich hab gerade gefehlt. Ich kenne da übrigens eine Person, die sich jetzt schon abfacken würde. Ach, ja. Die Person wird vermutlich das Let's Play nicht gucken, aber, ja. Die Leute, die mich kennen und meinen Kollegen, die werden vermutlich wissen, wen ich meine. Ach, ja. Aber Hauptsache, die Musik ist toll. Und, ich muss dazu sagen, es ist eine Herausforderung. Ist nix geschenktes. Und, ja, macht auch deswegen dann vielleicht sogar Spaß, in dem Sinne. Also mir persönlich. Also, wenn ich, wenn es jetzt so einfach wäre, dass man hier, äh, selbst ohne sich, äh, ohne irgendwas großartig zu machen, geschaffen könnte, oder dass man jetzt sagen müsste, es würden so viele Münzen rumliegen, dass es egal wäre, ob man sie einsammelt. Also, gefühlt. Dass es dann, ja, dass es dann eher lächerlich ist. Dann könnte man das mit Münzen auch gleich weglassen und, ja, könnte dann einfach nur ein Rennen. Rennen machen an sich. So. Muss halt echt nur aufpassen, dass ich... Jetzt bleibe ich natürlich an ihm kleben. Hau's ab. Wie der auch wackelt irgendwie beim Laufen, ja. Dass ich ihm halt leider unnötig getroffen werde von ihm. Na, das war natürlich ganz schlecht. Ich glaube, ich sollte ihn mal anfangen, nicht zu schnell überholen, oder? Dass ich das erst gegen Schluss mache, irgendwie. Ja, ja, das war ja auch gemein von ihm. Ihr habt ja gesehen, er hat mich in der Luft getroffen und ist mir einfach runtergefallen. Ja, das wird vielleicht noch den restlichen Part dauern. Und witzigerweise bin ich auch gar nicht ungeduldig diesmal. Also, ich denke mir einfach nur, ja, wenn ich es nicht packe, dann mache ich es halt im nächsten Part. Man muss natürlich aber auch ins Fass kommen. Zum Glück ist es nicht kein knappes Rennen. Also, man hat es ja gesehen, war man erst beim ersten Mal. Das war doch eigentlich mehr als offensichtlich, dass ich ihn locker überholen konnte. Obwohl ich mir so viel Zeit gelassen habe. Das Schwierige ist halt wirklich nur das mit den Münzen. Die Musik, ey. Die ist einfach geil. Die passt ja auch so richtig. Stell dir mal vor, die Musik würde nerven, dann hätte man echt das Problem. Nerviges Rennen und nervige Musik. Wobei das Rennen ist an sich eigentlich nur durch eine Sache nervig. Und zwar, ja, wenn man halt so schnell ist, dass dieser blöde Käfer eintrifft. Und man dann die Münzen umsonst eingesammelt hat. Ich glaube, ich brenne es mal ein bisschen ab. Was vielleicht ganz praktisch wäre, außer halt an den Stellen... Oh, ich habe ihn so überholt. Na, er trifft mich. Garantiert. Ui. Oder auch nicht. Hier nach rechts, genau. Uiui. Also, es... Ja gut, es klappt. Es klappt ganz gut. Also, er ist hier geradeaus. Außer er trifft uns hier wieder in der Luft. Das wäre natürlich doppelt ärgerlich. Hä? Warum? Beim letzten Mal bin ich doch da auch drüber gekommen. Wo steht es denn? Lenky. Einfach mal außerhalb. Okay, keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Beim letzten Mal bin ich einfach drüber gekommen. Bin ich da gesprungen? Muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal angucken. So. Also muss man da eigentlich doch an den Seiten links und rechts durch. Damit man... Ja. Damit man eben nicht in die Lava fällt. Hatte ich wohl beim ersten Mal nur Glück irgendwie. Frag mich nicht. So, jetzt aber. Wir haben ja jetzt gesehen, wo überall Münzen sind. Und die Münzen reichen ja auch locker aus. Ich wollte auch gar nicht was Großes sagen. So, ich meine, ihr seht ja, was ich hier mache. Ich versuche mich halt nur so ein bisschen darauf zu konzentrieren, was ich hier mache. Wer mich kennt, weiß, dass ich versuche immer möglichst zu reden, während ich was mache. Auch wenn man sich vielleicht konzentrieren müsste. Aber, ja. Einfach nur, ja. Ich denke mir einfach nur, wenn es nur ein Let's Play ist, dann sollte man natürlich auch reden. Wo ich so... Hier soll ich vielleicht mal abbremsen. Ja, weil hier sonst falle ich wieder runter und dann war es das natürlich wieder. Ja, ja. Den Treffer muss man wohl in Kauf nehmen, wenn man hier dann durch möchte. Ja, ja. Ausdruck. Innenbahn nehmen. So, und hier muss ich halt jetzt gucken, dass ich halt jetzt nicht in die Lava falle. Ja, hier hätte ich mich jetzt fast wieder getroffen. Ja, ja. Hier kriege ich keine Münze. Das passt auch soweit. Naja, ich glaube, ich könnte mich jetzt erstmal nur auf Münzen sammeln, weil ohne die Münzen werde ich ja... werde ich das Ganze ja nicht schaffen. So, ich lasse ihn mal vor. So, Achtung. Weil man merkt auch schon selbst, dass er ein bisschen langsamer wird. So, Achtung. Münze, Münze, Münze. Münzen sind mir wichtiger. So, dann dürfte man es ja gleich haben. Ui. Ah, verdammt. Ja, es war ganz richtig so, dass ich gesprungen bin, aber ich konnte da nicht mehr richtig denken. Ich hätte abbremsen sollen. Ah. Ach, ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber wie gesagt, deswegen... Ich fand es damals schwer und es ist auch jetzt noch schwer. Ach, ja. Oder soll ich einfach mal eine Runde meine Klappe halten? Das sagt ihr. Ich bin einfach mal ruhig. Einfach mal ruhig. Genießt einfach die Musik und ich kann trotzdem nicht die Klappe halten. Oder einfach mal ein bisschen weniger reden. Wäre vielleicht auch ganz praktisch. Oder ein bisschen weniger. Ein漢ge? Da? Oder ein bisschen mehr. Ja, ir avons leger geh. Die Musik. Ja, irgal. Das ist echt zu ungewohnt, nicht zu reden. Absolut. Irgendwie, ich weiß auch nicht. So, die Münzen haben wir. Verdammt. Na komm. Komm, das haben wir. Ja. Hat vielleicht doch ein bisschen Sinn gemacht, dass ich nicht geredet habe. Aber irgendwie hat es mir nicht gefallen. Also ich hätte schon die ganze Zeit durchweg geredet und es dann trotzdem geschafft dabei. Du bist besser als ich dachte. Denke, hier ist dein Preis. Ja, her damit. Oh, Banane. Und die habe ich mir verdient. Das ist das allererste Mal, dass ich diese Banane habe. Bekommen habe. Ei, ei, ei. Ui, ui, ui. Da wurde doch schon fast ein ganzer Part draus. Jetzt bleibt mir natürlich noch die Frage, wo ist die letzte Banane mit Didi Kong? Und da, wo die letzte Banane ist, dürfte wohl auch... Jetzt hat sich natürlich dieser... Das hier zurückgesetzt. Okay, irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen, frag mich nicht. Wo wäre mit Didi die letzte Banane? Und da, wo die die letzte goldene Banane ist, wird vermutlich auch die, ja, seine letzten roten Bananen sein. Natürlich ist die Frage, jetzt durchlaufen und gucken, wo die sein könnte. Ich gucke einfach mal. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwo in der Luft die sind, wo man dann irgendwie mit den... Ja, wo man dann rumfliegen muss. Könnte es sein. Aber ich bin hier beim letzten Mal schon rumgeflogen, habe da nichts entdeckt. Und hier gab es dann auch nichts, gell? Ich frag mich, warum ich durch den, ähm... Oder bin ich... Ich bin da im Inneren nicht rumgeflogen, gell? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gucke einfach nochmal. So, das Letzte, weil ich diesen Part dann noch machen werde. Na, tauscht was? Genau. Einmal auf Didi wechseln. Vielleicht finden wir die letzte Banane sogar. Dann können wir im nächsten Part dann, ja, eventuell sogar den... Den Boss machen. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, äh, was ihr davon haltet, wenn ihr euch ein Let's Play anschaut. Äh, ob euch das gefällt, wenn dann der Let's Player dann doch mal die Klappe hält und sich konzentriert. Oder ob ihr es sagt, er soll ruhig weiterreden. Fails sind dann zwar, ja, dann normal, aber vielleicht will man das ja auch. So, immerhin kann ich hier durchfliegen. Und wenn die Kamera noch dazu kommt, passt das doppelt gut. So, ich gucke einfach mal hier, ob es hier irgendwo was gibt, was ich übersehen habe. War ich da hinten ganz oben? Könnte ja vielleicht sein, dass es hier ganz oben was gibt, wo ich übersehen habe. Aber es sieht wohl nicht so aus. Das geht einfach in die Wand rein. Hm. Das ist ja echt die gute Frage. Wo ist die die letzte Banane? Hm. Hm, hm, hm. Ich war ja auch hinten in der... Ja, ich war ja auch überall hier mit jedem Kong drin, gell? Genau. Äh. Nun. Gute Frage. Ich weiß es gerade echt nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Hm. Wird dann wohl wieder so Kandidat sein für nachholen, dass ich da vielleicht dann nachgucke, wenn ich halt die ganzen alten Welten durchforschen möchte irgendwie. Oder auch nicht. Oder dass ich halt vielleicht meinen alten Part... Ja, dass ich meine Part durchgehe, um zu gucken, ob ich das übersehen habe. Also ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich... Wo ich dann suchen sollte. Weil ich meine, ich bin ja schon überall in der Welt gewesen, grob. Kann das sein, dass ich einfach... In der Stelle jetzt... Mir nicht gerade einfällt, sagen Sie einfach mal. Aber gut, ja. Bevor ich hier noch weiter rumfliege und meine ganzen, äh... Kugensilverbraucher... Ist eh der Part vorbei. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Donkey Kong 64 sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.